So. Ach du Schande. Die Dinger. Oh, der hat mich im Visier. Sehr schön, sehr schön. Was heißt das für ein Mistvieh hier? Ich fasse es nicht. Warum reagiert denn der? Scheiße, langsam. Was habe ich denn da für eine Waffe? Warum ist denn der so langsam, der Rollerrollrollrollrollroll? Schande, was ist denn das hier? Oh, vielen Dank. Vielen Dank. Lass mal auf. Also, da ist irgendwie nichts. Guck dir das mal an, wann das Ding reagiert. Okay. Er hat mich im Visier, der eine. Scheiße. Ach, Schande. Was habe ich denn da für einen Roller? Was zum... Okay, letzte Sekunde. Oh Mann, haben wir einen Schwein. Haben wir einen Schwein gehabt? Ich hätte auch einfach mal meine Spezialwaffe auslösen sollen, ne? Weil... Ach, der Dreck. Hoffentlich kommt jetzt kein Rush, also weil... Heilige Macaroni. Was sind sie denn? Ah. Was sind sie denn? Ah. Hier und leer. Oh, schön. Sag mal. Äh, hallo? Tag. Ach. Dann kann man sagen, er wird getroffen. Oh, nicht was. Von Regner erledigt, obwohl ich auf den Hai geachtet habe. Das ist natürlich jetzt... Das ist ja gut schön. Mann, was hab ich denn so für kackotten? Also, leicht ist anders. Heiliger Bimbom. Okay, das ist um einiges entspannter jetzt hier. Meine Fresse. So, wo sind sie? Wo kommen sie? Wo sind sie? Wo kommen sie? Ah, okay. Da hinten. Ah, okay. Das treffe ich nicht. Genau getroffen. Super. Zumindest habe ich ein Ei. Okay. Okay. Und wieder leer. Schande eh. Wenigstens ist der direkt am Käfig. Und ich habe noch immer meine Spezialwaffe anstatt, dass ich die endlich mal auslöse. Ich honk. Ich habe nicht gewusst, wo mein Kollege ist. Hätte ich mal gescheit geguckt. Das wird bestimmt irgendwo angezeigt. Das war leicht krampfig. Wow. Das war leicht krampfig. Vorhin habe ich mich tatsächlich über meinen Kollegen geärgert. vor allen Dingen, weil da unten eine Kanone war und die hat keinen Schwein benutzt. Ich darf mich aber nicht aufregen, weil das steht im Tutorial. Und wann habe ich das Tutorial gemacht? Ich glaube so nach dem 20. Salmon Run. Da habe ich das auch erst erfahren. Ich bin nicht die einzige faule Wutz. Ah, und vor allen Dingen kann man von hier aus natürlich teilnehmen. Ich muss nicht da hochrennen. Und was ich machen muss, ist das hier. Dieses Ausrichten. Ich habe nämlich gerade vorhin ein Video gesehen, beziehungsweise so ein Code-Clip. Eine Kampferinnerung. Und da war jemand ganz besonders stolz auf seine Leistung. Und ich dachte nur, du machst den selben Fehler wie ich. Du drehst auch mit der Kamera anstatt, dass du auf Y drückst, um dich neu zu positionieren. Fand ich witzig. So, wo sind sie? Da hinten kommt was. Ah ja, da kommt ein Dicker. Oh, das war jetzt auch nicht so clever. Genau reinzuhüpfen. Oh, wo sind sie denn da hin? Okay, wechseln sie. Oh, oh, shit, 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 shit. Da kommt einer. Da kommt ein Dicker. Da kommt ein Dicker. Okay. Oh, hallo. Ah, okay, ist schon rum. Okay, Schwabba. Ist auch so ein blödes Ding. Okay. 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 Gut, also. Da unten. Ach, shit, jetzt bin ich auch noch runtergefallen. Ja gut, okay, hat sich jemand anders geholt, sehr schön. Ah ja. Oh, shit, weg hier. Oh, shit, weg hier. Oh, shit, weg hier. Da ist ja schon wieder so ein Sack. Sag mal. Da ist ja schon wieder so ein Sack. Warum arsch ich der da? Also das ist überhaupt nicht meins. Da bin ich super schlecht mit dem. Oh, schande. Das auch noch. Aber er macht halt Schaden, die Sau. Oh, weg, 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 weg. Oh, weg, 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 weg. Oh, weg, 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 weg. Die waren alle auf derselben Stelle, ne? Das war das Problem. Also ich weiß jetzt langsam die Vorzüge dieses Arschlangen langsamen Rollers zu schätzen. Der macht Schaden halt. Da kann ich sogar an die Dickeren ran. Ohne dass ich da so großartig Schiss haben muss. Hm? Sieben selbst eingetötet und elf Stück in Richtung Käfig geschickt. Das ist gut. Boah. Also auf die Strecke trotzdem noch 172 Schaden. Das ist schon... Ja. Doch. Also, wie gesagt. 300. Der ist halt kack langsam, ne? Das ist, äh... Das ist halt ein Ding. Da muss... Da muss man mit klarkommen wollen. Wie lang braucht denn der, bis er leer ist? Gut eigentlich. So, was schmeißt du denn du für... Schmeißt... Bombe. Hallo? Manchmal flitze ich an den Eiern vorbei und sack die gar nicht ein. Ähm... Da bin ich auch nicht so richtig, äh... Also da komme ich auch noch nicht so klar mit, warum, weshalb, wieso... Moment, Moment, Moment. Okay, das ist so. Wenn ich einfach nur... einfach nur klatsche, also mit der breiten Fläche, macht der dann auch so viel Schaden wie 300. Also ich weiß nicht, das ist 100... 170 habe ich gerade eben gelesen. Kann das sein? Ach, das ist aber auch eine Kacke, ey. Ah, okay. Na, kommst du her? Kommst du jetzt? Verflucht? Warum gehen das denn? Ach, der Scheiß. Fakt. Fakt. Oh, shit. So langsam. So, Leute, es ist gut. Also jetzt braucht er jetzt... Echt jetzt? Auf die kurze Momentstrecke. Die wollten es wissen. Die wollten es wissen. Wir wollten es absolut wissen. So, wie ist es? Oh, okay. Führewelle. Oh, hä. Ach, du Scheimleister. Das kann ja heute werden. Gehst du da weg, du kleine Mistratte. Das kann ja heute werden. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, schön. Oh, ich bin natürlich voll, Leute, in die... Ins Wasser geh. Okay. Oh, okay. Oh. Okay. Oh, okay. Yeah. Okay. Okay. Oh. Oh, okay. Ich muss vorher mal gucken, was ich für eine Spezialwaffe habe, statt einfach nur... Wo sind sie denn? Ja, wo sind sie denn? Ja, wo sind sie denn? Okay. Oh, hey. Oh, shit. Wo ist denn jetzt schon wieder dieser Segel? So, wo ist denn der Dicer? So, wo ist denn der Dicer? Oh, shit. Hätte ich das eine Ei noch eingetütet, statt nach meinem Kumpel zu gucken, wir wären ja eh durch. Aber nö. Kumpel war wie schon. Das ist, weil ich nie auf die Zeit achte. Dann weiß ich, wann es sich lohnt, was zu tun. 25 Eier hatte ich in der Hand. Leckt mich fett. Da bin ich ein bisschen stolz drauf. Ein ganz klein bisschen. Also, dass wir das überhaupt überlebt haben. Dadurch, dass ich mal wieder in volle Lotte ins Wasser reingerauscht bin. Ah!